Musik Whitney's Valley für alle, die aufwachen wollen. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dims und der Cracks der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungsplätze aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr über europäische Zeit hereinhören. Mehr unter wakenews.net Hallo, hier ist der Detlef von Wakenews Radio. Eine wichtige Durchsage für euch, vor allen Dingen hier bei den Videonutzern. Ich habe eben seit einiger Zeit meine Sendungen noch nicht wieder hochladen können, einfach aus Zeit- und Kapazitätsgründen. Und deswegen, ja gut, und YouTube macht auch immer so Mätzchen da mit allen möglichen Zensuren und so und das ist ein bisschen mühsam. Deswegen habe ich jetzt hier vor, euch nochmal darauf hinzuweisen, dass alle meine Sendungen bei mir in den Archiven in jeder Form und Weise angehört werden können. Dazu braucht ihr bloß den in der Beschreibungsbox aufgeführten Link klicken und dann kommt ihr auf die jeweiligen Archive des Monats und das sind eine ganze Menge Sendungen, die ich jetzt bei YouTube zum Beispiel noch nicht hochgeladen habe, die aber hochspannend sind und wichtig sind, dass ihr da die hören könnt. Und deswegen, mein Vorschlag, mach das. Und dann wollte ich noch so zwei Informationen zusätzlich geben. Es gibt aufgrund eines sehr engagierten Zuhörers von mir, einen Mitstreiter, eine Best of Detlef. Da wurden also Zusammenschnitte gemacht von verschiedenen Passagen über sehr viele Sendungen hin, wunderbar vorbereitet und wunderbar zur Verfügung gestellt. Auch da gebe ich euch den Link in der Box, wenn ihr da euch speziell mal umsehen wollt. Und ihr wisst ja, ihr dürft meine Sendungen auch durchaus weiter verteilen. Kein Problem. Auch noch eine kleine Ankündigung in eigener Sache. Gerade bezüglich Musik sind wir ja auch engagiert und es wird da also einen neuen Music Channel mit Blog und was weiß ich geben, auch mit neuen Sendungen. In dem Bereich, ich wollte es nur mal ankündigen, da findet jetzt auch noch einiges statt. Da müsst ihr dann auch mal die Infos und Nachrichten, die bei mir sind, verfolgen. Zum Beispiel auf meiner Webseite wakenews.net oder meinen Blogs mywakenews.wordpress.com und anderen. Ja, also ich halte euch da auch auf dem Laufenden, denn es ist auch wichtig, dass wir gerade unsere Jugend erreichen und deswegen ist es auch ganz wichtig, heute mit einzuschalten, live am 5. April 2012. Da habe ich nämlich die Sendung ab 16.00 Uhr live mit mir. Die gefährliche Indoktrination unserer Kinder, auch für alle ganz wichtig zuzuhören. Also bis später. Ciao. Wakenews Radio Ohne Blatt vor dem Mond ist jeweils am Dienstag und am Donnerstag von 16.00 bis 18.00 Uhr mitteleuropäische Zeit mit Top-Themen aus Politik, Wirtschaft, Finanz, Umwelt, Gesellschaft und viele mehr on Air. Hereinhören, mehr unter wakenews.net